Biocrop Science zählt in Deutschland als auch global mit seinen innovativen Produkten, Services und zukunftsweisendem Know-how zu den führenden Anbietern in den Bereichen Pflanzenschutz und Saatgut. Wir leisten einen wertvollen Beitrag zur Sicherung der Produktion von Agrarerzeugnissen für die Nahrungssicherung einer wachsenden Weltbevölkerung sowie dem steigenden Bedarf an nachwachsenden Rohstoffen und Faserpflanzen. An diesem Thema arbeiten bei Bayer weltweit etwa 21.000 Mitarbeiter in 120 Ländern, engagierte Menschen vieler Disziplinen, die den Landwirtinnen und Landwirten überall auf der Welt zur Seite stehen. Junge Menschen, die sich für einen Berufsweg in der Landwirtschaft entscheiden bzw. hier engagieren, sind unsere Zukunft. Sie verdienen unsere Anerkennung und Unterstützung. Mit unserem Engagement wollen wir dazu beitragen, den jungen Landwirten und Landwirtinnen einen guten Start zu verschaffen in einer Branche, die großen Herausforderungen aufgrund einer weiter wachsenden Weltbevölkerung gegenübersteht. Mit ClipMyFarm wollen wir das Image der Landwirtschaft stärken. Viele Menschen haben leider ein verzerrtes Bild von Landwirtschaft im Kopf. Das wollen wir gerade rücken. Landwirtschaft ist Leidenschaft und arbeiten im Einklang mit der Natur. Zur Lösung der großen Herausforderungen brauchen wir junge, engagierte Menschen, die kreativ denken und denen es wichtig ist, Antworten auf die wichtigen Fragen unserer Zeit zu finden. Ihre Förderung liegt Bayer und mir ganz persönlich am Herzen. Mit ClipMyFarm haben wir ein Forum geschaffen, das zeigt, wie Landwirtschaft wirklich tickt. Deshalb, macht mit und bewerbt euch. Ich bin neugierig auf eure Clips. So, und jetzt schauen wir mal, was unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu ClipMyFarm zu sagen haben. Liebe Kamera, was ist für Sie ClipMyFarm? ClipMyFarm? ClipMyFarm ist für mich der schönste Weg zu zeigen, wie moderne Landwirtschaft wirklich aussieht. Was bedeutet für Sie ClipMyFarm? ClipMyFarm ist für mich Zukunft für alle. Was meinst du? ClipMyFarm ist für mich ein Projekt, das junge Landwirte unterstützt und fördert. ClipMyFarm ist genau das, was wir jetzt brauchen. Was ist ClipMyFarm für Sie? ClipMyFarm ist von euch, für euch. Soll ich ein bisschen überrascht tun? ClipMyFarm kann ich nochmal anfangen. ClipMyFarm istотk... ClipMyFarm ist in der nächsten Folge. ClipMyFarm ist in der nächsten Folge. ClipMyFarm ist in der nächsten Folge. ClipMyFarm ist in ein Video mit der Fremde den Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.